Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Gestern gab es einen neuen Patch, ihr habt es vielleicht mitbekommen, mit einem neuen Seemonster. Darum geht es heute. Unter anderem auch noch viele kleinere Patches und eine Sache, die richtig, richtig cool ist. Ich würde sagen, wir fangen an mit den kleinen Patches. Und zwar wurde gepatcht, dass ihr an Inseln wieder Wasser einsammeln könnt. Da war ja die Respawn-Site kaputt. Und auch, dass ihr auf dem Meer Haifleisch und andere Tier-Materialien wieder einsammeln könnt. Das war ja auch verbuggt, dass man die nicht mehr einsammeln konnte. Dann wurden noch einige Quests, wo Bugs drin waren, angepasst. Und das war es eigentlich mit den Bug-Fixes. Zumindest die, die ich so mitbekommen habe. Und dann gab es eine Sache, die habe ich gar nicht mitbekommen. Und als ich die dann gestern Morgen mitbekommen habe, ja, ich konnte es kaum glauben. Man kann jetzt Manufakturen einsammeln, während man eine Aggro hat. Das heißt, man kann immer die Manufaktur ansprechen und auch immer einsammeln. Das ist richtig, richtig cool. Das ist für mich eigentlich die beste Nachricht überhaupt. Nachdem wir mit Start von Season 1 übertrieben viele Gegner hatten. Ich mit dieser Münzrunde fast 2 Stunden gebraucht habe. Dann wurden die Gegner wieder reduziert. Da war die Münzrunde bei mir ungefähr bei einer Stunde 10 Minuten. Und jetzt ist die Münzrunde unter einer Stunde und auch noch weit unter einer Stunde. 50 Minuten oder so mit der Barg. Also Afrika und Rote Insel. Wer da jetzt wieder in die Münzjagd reingehen will. Oder sich ein paar Münzen holen will für die wöchentliche Souverains. Und auch für die nächste Season. Das könnt ihr auf jeden Fall jetzt wieder machen. Ihr könnt natürlich euch auch nur auf Indien konzentrieren. Dort braucht ihr weniger Zeit als 50 Minuten bzw. eine Stunde. Und habt viel mehr Manufakturen. Das bleibt aber euch überlassen. Auf jeden Fall eine sehr coole Änderung. Und dann kommt eigentlich jetzt erst der Part, den wir alle erwartet haben. Erstens haben wir Schlund, 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 irgendwas mit Schlund. Genau, Schlund der Vergeltung bekommen. Das ist nämlich die Mission, die Kopfgeldmission mit dem neuen Gegner. Dem Samaribo. Den nehme ich mal an. Und dann können wir mal direkt gucken, wo der rumlungert, der Halunke. Den habt ihr gerade gesehen. Da stand am besten mit zwei Spielern. Es ist auch möglich, den Solo zu spielen. Wie das geht, erkläre ich euch gleich. Da gibt es nämlich zwei Sachen, wo ihr drauf achten müsstet. Der ist nämlich auch leider verbuggt. Und hat eine One-Hit-K-Auatacke. Da müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Aber das schauen wir uns jetzt einmal an. Also, ihr findet den Samaribo hier, Schlund der Vergeltung, über Grand, Grande, Filet und rechts von Coco, Tirapung. Boah, die Namen habe ich noch nie gelesen. Aber genau hier ist er. Und ich weiß, viele fragen jetzt schon, ey, wie kann ich den respawnen? Wie kann ich ihn öfter als einmal am Tag machen? Aktuell ist es so, dass das Kopfgeld alle 24 Stunden resettet wird. Also, auch nicht nachts nach der Wartung, sondern wirklich 24 Stunden. Das habe ich selber heute Morgen ausprobiert. Ich habe gestern um 7 Uhr die Mission angenommen. Und heute um 6 Uhr konnte ich die Mission nicht annehmen, das Kopfgeld. Bedeutet, hier ist wirklich ein 24-Stunden-Timer drauf. Bedeutet, für alle, die das Solo machen, ihr könnt diese Mission nur alle 24 Stunden machen. Das ist auch richtig schade. War, wieso? Da komme ich gleich drauf. Ja, und wenn ihr den respawnen wollt, sind wir uns noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert. Weil wir hatten schon das Gefühl, dass er ganz automatisch dort immer wieder auftaucht, ohne dass wir alle ein Kopfgeld hatten. Aber so 100% sicher bin ich mir da nicht. Und ob man den spawnen lassen kann, wie das Kuaribu, durch das Pullen von der Mission oder auch eben nicht und dem Gruppenwechsel, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ja, einige hatten auch gesagt, es hilft, wenn man einfach den Server wechselt und dann sollte der wieder an der Stelle sein. Also da könnt ihr gerne mal unten in den Kommentaren eure Erfahrungen reinschreiben, da bin ich sehr gespannt. Und vielleicht kriegen wir ja dann zum nächsten Video schon eine Lösung, wie man den eventuell mehrmals am Tag besiegen kann. Wieso ist das Samaribo überhaupt wichtig? Weil das Samaribo uns ein neues Item ins Spiel bringt, welches Essienzell ist für die Fertigstellung von der Ouroboros. Das ist eine Panzerung, die haben wir schon seit Anfang des Spiels drin. Die können wir jetzt endlich herstellen, auf die werde ich gleich auch eingehen. Und das Item, wenn ich es finde, dann kann ich es euch auch zeigen. Samaribo Schuppen. Diese braucht ihr zusätzlich natürlich zu den Zähnen, die wir vorher auch schon hatten, um die Ouroboros zu kaufen. Die Blaupause, ich zeige euch das einmal, weil die Frage kam sehr oft. Bekommt ihr auf Lanitra. Lanitra ist hier, direkt über Sankt An. Da solltet ihr eigentlich auch im Early Game schon mal da gewesen sein. Aber ich zeige euch es trotzdem. Bei Lanitra gibt es einen Händler, der verkauft euch Sachen für Zähne. Bedeutet, wenn ihr schon in der Vergangenheit das Coaribo das ein oder andere Mal besiegt habt und schon Zähne habt, dann könnt ihr hier sowohl das Skinset, was ich ja auch gerade trage, kaufen, als auch die Ouroboros für 50 Zähne. Und da seht ihr schon, benötigte Materialien sind vier Samaribo Schuppen und vier Monströse Zähne, zusätzlich zu ein paar anderen Sachen. Bastölpel Salpeter könnt ihr auch fahren bei den Bastölpeln oder kaufen im Schwarzmarkt. Ich werde jetzt mal eben zum Samaribo fahren, weil der hat, wie gesagt, diese eine Attacke, die euch one-hitten kann, wenn ihr dort nicht aufpasst. Wenn ihr Solo machen wollt, würde ich euch eigentlich die Barg empfehlen, weil die sich ja selber regeneriert und ihr mit den Heilungskits ja ein Problem habt. Wenn ihr innerhalb von einer Minute zweimal von denen getroffen seid, dann seid ihr RIP. Schnau könnte auch funktionieren, wenn ihr dann die Ouroboros habt. Wieso, das erkläre ich gleich mit der Ouroboros. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie es geschafft haben mit der Brigantine oder auch mit anderen Schiffen, sind aber dabei dann ein paar Mal gestorben. Das macht auch nichts. Ihr dürft ruhig sterben gegen den Samaribo. Deswegen würde ich euch auch die Barg empfehlen, weil die Barg regeneriert ja schweren Schaden. Da macht es also auf jeden Fall Sinn, die Barg zu nehmen, wenn ihr die Barg habt. Es geht aber auch durchaus mit anderen Schiffen. Vielleicht nehmt ihr dort dann als Hilfsmittel, dass schwerer Schaden regeneriert wird. Das Kopfgeld von Samaribo ist auch sehr interessant, weil durch das Kopfgeld gibt es eine Kiste. Und in dieser Kiste können Skin-Teile drin sein vom Samaribo. Und die, finde ich, sehen richtig, richtig gut aus. Die werde ich euch gleich einmal zeigen. Und die könnt ihr farmen nur durch diese Kiste. Diese Kiste, wie gesagt, kriegt ihr halt leider nur einmal alle 24 Stunden. Bedeutet, wenn ihr so unlucky seid wie ich, ich habe gestern mit der Community einige Kisten aufgemacht, dann braucht ihr das sehr lange, um das Ding zu bekommen. Aber ich finde, das ist mal ein Skin, der sich richtig lohnt, darauf zu farmen. Ja, ich habe gerade ein Problem, weil das Samaribo wurde leider schon erlegt jetzt hier gerade. Da vorne liegt es. Und ich will da jetzt nicht hingehen, weil ich das Kopfgeld eigentlich nicht abschließen will. Also der wurde gerade hier schon besiegt. Deswegen werde ich es euch einfach mal erklären. Es gibt nämlich eine Attacke, die läuft ungefähr ab wie der Mörser. Nur, dass die Attacke nicht von oben kommt, sondern von unten. Das Samaribo verschwindet unter Wasser. Und dann werdet ihr unter eurem Schiff so ein Brodeln sehen. Und dann nach 2, 3 Sekunden kommt das Samaribo nach oben geschossen. Und fällt dann auch nochmal auf euch drauf. Wenn ihr es nicht schafft, diesem Brodeln auszuweichen, dafür würde vielleicht sich das Zusatzmodul eignen, womit ihr 300% mehr Beschleunigung habt. Oder ihr bleibt halt die ganze Zeit in Bewegung. Das finde ich für meinen Playstyle aber eigentlich immer sehr schwierig. Jedenfalls, wenn es nach oben kommt, dann macht das einmal Schaden. Das ist noch nicht One-Hit. Wenn ihr dann ganz schnell auf Heilen drückt, dann könnt ihr den zweiten Angriff noch weg tanken. Wenn ihr das nicht macht, dann ist das, wenn das Samaribo auf euch fällt, ein One-Hit und ihr seid down. Das Ganze könnt ihr auch zumindest mal mit der Bark nicht decken. Mit der Schnau habe ich es tatsächlich noch nicht ausprobiert, ob ihr das blocken könnt. Könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob die Schnau das vielleicht komplett wegblocken kann. Jedenfalls, das ist eine One-Hit-Attacke. Und ganz wichtig, das ist uns gestern mehrmals passiert. Ihr dürft das Samaribo nicht besiegen, während es genau diese Attacke macht. Weil wenn es in dieser Animation ist und ihr dann einen Schuss, weil es dann ist ja eigentlich sehr gut angreifbar. Wenn ihr es dann aber killt, dann verbuggt es und ist einfach despawned und taucht auch nicht mehr auf. Dann müsst ihr wegfahren, wieder ein paar Minuten warten, wieder hinfahren und das komplett neu besiegen. Deswegen auf gar keinen Fall besiegen, wenn es in dieser Animation ist. Wenn es noch mehr als Hälfte Leben hat oder ihr es nicht besiegt, dann könnt ihr es auf jeden Fall angreifen. Aber ansonsten ein Tipp von mir, tötet es nicht, wenn es in dieser Animation ist, weil sonst verbuggt das Vieh. Das hier ist ja der Skin, den ich euch eben gezeigt habe, den man sich kaufen kann von den Kua-Ribo-Szenen. Übrigens, das Samaribo lässt auch Zähne fallen. Bedeutet, ihr müsst Kua-Ribo eigentlich gar nicht mehr farben die nächsten drei Wochen. Aber der Skin vom Samaribo, den werde ich euch jetzt hier einmal einblenden, finde ich, sieht richtig, richtig gut aus. Und den, wie gesagt, kriegt man das komplette Set von Kopf bis Fuß, von der Kiste vom Kopfgeld. Solltet ihr also auf jeden Fall die nächsten drei Wochen jeden Tag dieses Kopfgeld machen und auf diesen Skin, der meiner Meinung nach aktuell der coolste Skin im Spiel ist, fahren. Nach drei Wochen wisst ihr ja, ist das Samaribo erstmal wieder weg. Und dann wissen wir nicht, ob die nochmal wiederkommt, ob ihr den Skin nochmal bekommen könnt. Und ja, deswegen auf jeden Fall da jeden Tag reinschauen und das Samaribo einmal mit diesem Kopfgeld besiegen. Und dann als letzten, aber meiner Meinung nach auch wichtigsten Punkt, die Oroboros-Panzerung. Die Oroboros-Panzerung, die können wir uns mal eben angucken, was der Effekt macht. Vielleicht hat das der ein oder andere sich noch nicht angeschaut. Die Oroboros ist ja eine Panzerung, die wir schon seit Anfang des Spiels drin haben, die wir aber jetzt erst bauen können. Und rein von den Werten ist die auf jeden Fall top tier oben mit dabei. Panzerung 1100, wenn wir dagegen mal den Schwarzen Prinz angucken, der hat 1200, nur 100 mehr. Und hat auch solide Panzerung, Explosiv, Überflutung, Feuer, finde ich sehr gut. Zerrissene Segel gibt es ja sowieso keine Panzerung, die zumindest mal relevant ist, die ich kennen würde. Ne, gibt es das nicht, weil macht ja auch keinen Sinn, dass der Panzerung unten gegen zerrissene Segel hilft. Und durchschlagend ist meiner Meinung nach auch nicht so interessant auf dem Schwarzen Prinz. Deswegen, rein von der Panzerung ist die Oroboros schon mal sehr gut. Und mit Level 400 kriegt ihr da auch viel auf euer Level drauf. Aber man spielt ja die Oroboros eigentlich für die Vorteile. Einmal, der einfachere Vorteil, Reparatur, da sind sie gerade drüber. Ihr repariert 100 schwerer Schaden pro Sekunde. Das ist natürlich sehr cool für alle Boote, die nicht die Bark sind, weil ihr auf den anderen Booten keine Möglichkeit habt, schweren Schaden. Ihr kennt das, diesen Bereich von eurer Lebensleiste, der durch Überflutung oder wenn ihr sterbt, einfach wegfällt und den ihr nur reparieren könnt, wenn ihr an Land seid. Das wird durch die Oroboros repariert. Das ist sehr cool, das finde ich cool. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr coole Sache für alle Boote, für alle Schiffe, die nicht die Bark sind und diesen Effekt nicht haben. Aber ich glaube, dieser große Vorteil oder der, wieso der Oroboros eventuell ganz OP sein könnte, warum vielleicht oder ob es wirklich so ist, schauen wir uns das jetzt an, sind eigentlich dieser Amalgamate, diese 15% Regeneration eures Lebens. Und wenn wir uns den Vorteil mal ganz genau anschauen, ich werde euch den gleich auch einmal zeigen, heißt der, dass ihr 15% des Schadens in der Deckung regeneriert und euch hinzugefügt wird, wenn ihr die Deckung verlasst. Aber, ganz ganz großes Aber, wenn wir uns mal die Schiffe angucken und dann uns die Deckungsstärke mal angucken, schauen wir uns die Deckungsstärke von der Padawakan an, dann sind das 7400. Das heißt, wenn ihr in Deckung geht, dann könnt ihr maximal 7400 Schaden durch Deckung decken. 15% davon, der ein oder andere Mathe-Profi unter euch wird schon herausgefunden haben, sind es gerade mal 1000. Das bedeutet, ein komplettes Schild von der Padawakan würde euch um 1000 leben. Das heißt, 1000 von 37.000, das will ich jetzt prozentual nicht ausrechnen. Das ist relativ wenig auf den Rumpfzustand gemessen. Und dann müsst ihr ja die Deckungsstärke erstmal wieder regenerieren. Die habt ihr ja dann nicht sofort wieder. Ich wurde auch ein paar Mal gefragt, ob die Ouroboros einen Cooldown hat. Das hat sie nicht, aber die Deckungsstärke muss sich dann erstmal wieder regenerieren. Und erst dann habt ihr wieder die Möglichkeit, höchstens 1000 Heilung auf einen Schlag zu bekommen. Wenn ihr mehrmals Deckung drückt, hier mal, hier mal, hier mal, sind das vielleicht so 100, 200. Also ihr merkt schon, das macht nicht so viel Sinn, wenn man vor allen Dingen bedenkt, dass es ein Hilfsmittel gibt, was euch bei einem Besatzungsangriff 8.000 Leben gibt. Da habe ich euch in meinem Bildvideo erklärt, dass das für mich eigentlich somit das beste Item ist. Das einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Ouroboros sehr gut ist, ist die Schnau. Weil die Schnau 25.000 Deckungsstärke hat, das kann man auch nochmal ein bisschen erhöhen mit verschiedenen Items und mit Essen. Und dort macht es dann schon mehr Sinn, 15% rauszubekommen. Da sind wir dann irgendwo bei 3.000, 3.500 Leben, was ihr regenerieren könnt. Was prozentual zum Rumpfzustand wieder nicht extrem viel ist, aber schon mal sehr, sehr viel mehr als bei einer Pade, bei einer Brigantine, bei der Sambuke oder sogar auch bei einer Bark. Weil die haben alle nicht mehr als 8.000 Deckungsstärke. Die Schnau ist meiner Meinung nach das einzige Schiff, wo die Ouroboros wirklich auch Sinn machen kann, wenn ihr viel mit Deckung spielt. Weil, das dürft ihr auch nicht vergessen, ihr heilt euch natürlich auch nur, wenn ihr Deckung auch benutzt. Ich werde euch das mal gerade demonstrieren, ich habe hier gerade die Schnau ausgerüstet, die hat auch schon gut gefressen, also Leben ist down. Das bedeutet, wenn ich gleich einen Gegner finde, werde ich den komplett durchdecken. Da gibt es natürlich verschiedene Bildmöglichkeiten, entweder natürlich die Deckungsstärke erhöhen, das wäre so ein Minecall. Oder aber auch die Ausdauer, den Ausdauerverbrauch während der Deckung reduzieren, damit ihr einfach länger Deckung gedrückt halten könnt. Das müsst ihr dann selber ausprobieren, was für euch am besten funktioniert, falls ihr das so spielen wollt. Für mich ist es jetzt erstmal, die Deckung per se zu erhöhen, um noch mehr heilen zu können. Weil man da halt, wenn man es eigentlich einfach gut timet, seine Deckung nicht so einen krassen Ausdauerverbrauch hat. Gerade bei Mörsern, bei Plünderungen und sowas, kann man das eigentlich ganz gut timen oder bei Torpedos oder sowas. Ich werde jetzt hier vorne den Kollegen einmal angreifen und dann werde ich euch das einmal demonstrieren. Und da habe ich was gedeckt, ne? Ihr habt gesehen, Deckung ist ein bisschen runtergegangen. Und wenn ich jetzt Deckung loslasse, dann müsstet ihr unten links was Grünes sehen. War natürlich ganz, ganz wenig, weil das nicht viel Schaden hatte. Gerade bei einer Plünderung, wenn man so im Mörser kommt und ihr deckt den weg, kann es natürlich sehr geil sein. Oder, falls es möglich ist, die Orobo, den Samaribo komplett wegzudecken, könnte das auch viel Leben gehen. Aber ihr seht schon, ne? Ich deck's weg, ich heil mich. Ich deck's weg, ich heil mich. So, ne? Also es ist schon, aber halt wenig, ne? Wenn ihr jetzt gegen mehrere Gegner kämpft und vielleicht nicht die Schnau habt, dann glaube ich, macht das nicht so viel Sinn. Ich glaube, er hat seinen Kollegen angegriffen. Dann glaube ich, ist das nicht so von Vorteil. Weil ihr, ihr seht, das geht auch übel auf die Ausdauer. Also, ja. Es ist also nicht so easy mit der Oroboos. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall nur sinnvoll für die Schnau. Und nicht für die anderen Schiffe. Aber für die Schnau eigentlich schon eine sehr coole Sache. Um nochmal eine Möglichkeit zu haben, sich zu heilen. Vielleicht nochmal dann auf ein Besatzungsangriff-Bild gehen. Womit man sich dann auch nochmal zusätzlich heilt. Also, da kann man auf jeden Fall geile, coole Sachen machen. Ich hoffe, ihr habt die Oroboos jetzt weitestgehend verstanden. Weil ich hab da sehr viel Fragezeichen gestern im Stream gesehen. Ich hoffe, es kam jetzt rüber, was die Oroboos kann. Und vor allen Dingen auch, was sie nicht kann. Ist wirklich eine solide Panzerung. Aber ich denke, am meisten Sinn macht es wirklich nur auf der Schnau. Auf den anderen Schiffen ist ein schwarzer Prinz oder auch ein Verwalter immer noch die bessere Wahl. Das war relativ viel zu erzählen. Was gestern im Patch gekommen ist, glaubt man gar nicht. So ein ganz kleiner Patch, der eigentlich nur einen Gegner mit reingebracht hat. Hat eigentlich so viel neuen Stuff reingebracht. Und richtig coole Sachen. Das mit dem Skin zum Beispiel, den man jetzt farmen kann. Natürlich nur einmal am Tag solo. Vielleicht habt ihr einen Kollegen, dann könnt ihr mit einem Sharing von der Mission auch zwei am Tag bekommen. Oder vielleicht euch auch absprechen auf Discord. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen auf dem Video oder einem Follow auf dem Kanal. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.